... Wie ein Überblick über ... Aber nicht. So, die erste Abteilung ist in der Bahn. Wir wollen nicht viel Zeit mehr vertrödeln. Vorne geht die 1222 Salinera, vorgestellt von Lela Berge, Rheinverein Zippensiller, zweiter Position, die 819 Haranera und Kerstin Mahler von Rheinverein in Bölkau und die 1646 in London, vorgestellt von Anne-Kathrin Ruhlmeier. Die Jury hier unten besteht aus den Herrn Kostarms und Dranfried Lange. Und die Aufgabe beginnt, die haben sich in der Reihenfolge, in der ich sie vorgelesen habe, schon eingerichtet. Die Aufgabe beginnt, einreiten im Mittelschritt am langen Züge. Züge aufnehmen, legale Abteilung bilden, ist erfolgt, im Arbeitstempo antragen und leicht antragen. Der nächste Abteilung bildet, den Vierer der Schicksale der Denkland. Die Gäste, die Räder und Kostarmen sind beobachten. Wir haben die Abteilung da, wenn man sich das alles anerkennt, wenn man die Kostarmen und die Kostarmen findet. Die Kostarmen der Gäste kommen einfach ganz ehrlich nachzumachen. Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 An der nächsten langen Seite die Galopp-Sprünge verlängern. Durch die ganze Bahn wir wechseln, an der Wechsellinie durch Barrieren zum Arbeitstrab und Leichttraben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, reicht.